In diesem Video schauen wir uns ganz genau die Sprache der Nationalsozialisten an, wie sie Begriffe umdeuten und neu einführen, um zu lügen, einzuschüchtern und aufzuhetzen. Leider werden viele rhetorische Tricks und Begriffe, die schon die Nazis angewendet haben, heute wieder benutzt. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich in den Videos, die ich für den Musste Wissen Kanal hier zum Thema Nationalsozialismus gemacht habe, immer wieder auf die Sprache gekommen bin. Das ist mir besonders wichtig, denn dadurch, wie wir sprechen, gestalten wir die Wirklichkeit. Ganz einfaches Beispiel kennt ihr alle. Zu einem Glas kann man sagen, es ist halb leer oder es ist halb voll. Beides beschreibt den faktischen Zustand richtig. Aber zu sagen, das Glas ist halb voll, signalisiert etwas anderes, als zu sagen, das Glas ist halb leer. Ein halbleeres Glas ist auf dem Weg, ganz leer zu werden. Ein halb volles Glas ist dagegen schon zur Hälfte gefüllt. Halb voll signalisiert dem Zuhörer einen Zuwachs, halb leer dagegen eine Abnahme. In der Politik wird generell viel mit Sprache gearbeitet. Wenn der Rentenbeitrag angepasst wird, dann klingt das besser als der Rentenbeitrag wird erhöht. Personal entlassen ist unangenehm. Personal freisetzen klingt auch viel netter. Das Wort Kollateralschaden hört sich sehr technisch und irgendwie auch sauber an. Gemeint ist, dass unschuldige Zivilisten gestorben sind. Manchmal werden Begriffe auch mit einer ganz bestimmten Bedeutung aufgeladen. Zum Beispiel der Begriff Atomkraft. Da denkt jeder an Explosion und Verstrahlung. Dagegen denkt man bei Kernenergie an unendliche Kraft. Das alles ist Manipulation durch Sprache. Aber dagegen wende ich mich auch gar nicht, denn das sind eben einfach Möglichkeiten, die unsere Sprache hergibt. Etwas ganz anderes ist es, wenn man eine Sprache verwendet, die nach und nach die Gedanken vergiftet. Die Nationalsozialisten haben das ständig gemacht. Bei der Propaganda setzen sie ganz unverhohlen auf Lügen. Hitler gibt das selbst zu und sagt, je größer die Lüge ist, desto besser. Denn großen Lügen fällt man leichter zum Opfer. Und Hitler lügt ja auch, was das Zeug hält. Dauernd redet er davon, dass er Frieden will und bereitet den Krieg vor. Eine weitere Lüge ist, dass die anderen Staaten oder auch die Juden Deutschland den Krieg aufgezwungen hätten, während Hitler immer den Krieg verhindern wollte. Man hat sich sozusagen nur verteidigt. Auch heute gibt es noch Leute, die das glauben. Hitler setzt die Sprache als Waffe ein. Denn indem man die Sprache ganz bewusst wählt, kann man das Denken der Menschen lenken. Sein Propagandaminister, also der oberste Volksverführer Josef Goebbels erklärt, das Volk soll anfangen, einheitlich zu denken, einheitlich zu reagieren. Die Nationalsozialisten schreiben neue Wörterbücher, in denen die Begriffe aus der Parteisprache erklärt und eingeführt werden. In den Duden schreiben sie Wörter wie Rassenschande, Halbjude oder Volksgenosse hinein. Und ganz normale Lexika werden sprachlich angepasst. Heute hätte Goebbels vielleicht eine ganze Abteilung aufgestellt, die Wikipedia-Artikel im Sinne der NS-Sprache umgebaut hätte. Natürlich überwacht das Propagandaministerium auch die Medien. Die Zeitungsredaktionen bekommen ganz direkte Befehle. Zum Beispiel dürfen im Krieg nur noch deutsche Flugzeuge als Kampfflugzeuge bezeichnet werden. Englische Flugzeuge heißen dann eben nur noch Flugzeuge. Damit sollen die Menschen das Gefühl bekommen, die deutschen Flugzeuge sind besser und stärker als die englischen. In Wirklichkeit stimmte das natürlich nicht. Worum geht es den Nazis? Was wollen sie erreichen? Naja, es geht darum, die Wahrheit zu verschleiern. Es geht darum, rationale Argumente zu verdrängen durch Gefühlsargumente. Und es geht darum, mit Sprache den Boden für Taten zu legen, vor allem für die Anwendung von Gewalt. Plus es geht auch darum, neue Werte einzuführen. Den Wert des Volkes vor dem Wert des Einzelnen zum Beispiel. Eine wichtige Technik ist, dass die Nazis Wörter aus Fachsprachen in die Alltagssprache hineinbringen. Zum Beispiel aus der Medizin, der Biologie oder der Technik. Die Gleichschaltung ist dafür ein Beispiel. Gleichschaltung ist ein Begriff aus der Elektrotechnik. Die Nationalsozialisten wollen das Volk gleichschalten, damit alle in dieselbe Richtung denken. Gleichschalten klingt eben technisch und steril. Man könnte auch sagen, und es bedeutet das Gleiche, Wir verbieten dir deine eigene Meinung. Ich denke, euch ist der Unterschied schon klar geworden. Solche Ausdrücke aus Fachsprachen haben einen wissenschaftlichen Anstrich. Sie klingen vernünftig. Wer so redet, kommt objektiv und rational rüber. Eine andere Technik ist das Verwenden von Euphemismen. Also von Begriffen, die die Wahrheit verschleiern, indem sie eine Sache besser dastehen lassen, als sie ist. Schutzhaft ist so ein Wort. Da kommen Leute also in Haft, damit sie geschützt sind oder damit das Volk geschützt ist vor ihnen. Oder der Begriff Säuberung. Es wird etwas sauber gemacht, wunderbar. Aber wenn eine Stadt von Juden gesäubert werden soll, dann sind damit Mord und Vertreibung gemeint. Säubern. Da klingt auch noch etwas anderes an. Säubern tut man verdreckte oder schmutzte Sachen. Juden sind also Dreck. Und Dreck muss weg. Oder? Wenn Hitler über seine Gegner rede, dann benutzt er oft Worte aus der Kriminalistik. Verbrecher zum Beispiel. Die Demokraten nennen er und andere Novemberverbrecher. Weil sie sich tatsächlich oder auch nur angeblich an der Novemberrevolution 1918 beteiligt haben. Sie haben in den Augen der Nazis Verrat begangen. Und was macht man mit den Gegnern dann? Man bekämpft sie nicht nur, nein, man erledigt sie, macht sie fertig, löscht sie aus. Solche besonders brutalen Worte senken die Hemmschwelle. Und warum auch nicht? Immerhin hat man es ja angeblich mit Kriminellen zu tun. Die politischen Gegner oder auch die Juden handeln in den Worten der Nazis schändlich. Sie besudeln, verderben, belügen, bestehlen und so weiter und so fort. Das eigene Tun, die eigene Partei und natürlich der Führer selbst werden dagegen immer heldenhaft verkauft. Immer im Superlativ sprechen. Immer alles einmalig, einzig, gigantisch, historisch, total ungeheuer machen. Damit machen die Nazis die eigenen Ideen größer als sie sind. Und bestimmt habt ihr schon mal den Ausdruck gehört, dass Hitler der größte Feldherr aller Zeiten genannt wurde. Abgekürzt Gröferz. Oft verwendet Hitler auch religiöse Begriffe, um seine Ideen sozusagen zu heiligen. Da gibt es das ewige Reich. Die NS-Ideologie ist ein Glaubensbekenntnis. Zum Ende seiner Reden sagt Hitler oft Amen. Und wenn bei einer Versammlung vorne einer ruft Sieg und die Leute rufen zurück Heil, dann erinnert das doch an einen Gottesdienst. Der Pfarrer spricht bestimmte Worte vor und die Gemeinde antwortet darauf. Wir bitten dich, erhöre uns. Manche Begriffe sind auch sogenannte Totschlagargumente. Nehmen wir mal die Redewendung gesundes Volksempfinden. Auch heute wird sie noch verwendet. Während der NS-Diktatur wird das gesunde Volksempfinden die Grundlage für die Rechtsprechung. Wichtiger als Gesetze ist das gesunde Volksempfinden. Volkes Wille. Aber wer weiß schon, was das Volk will? Natürlich der Führer Adolf Hitler. Er nimmt den Anspruch, für das Volk zu sprechen. Alle Diktatoren haben für sich behauptet, dem Volkswillen Ausdruck zu verleihen. Und hinter dem Begriff steckt noch mehr. Das Volksempfinden ist gesund. Wer anderer Meinung ist, ist also krank. Und Krankheiten muss man bekämpfen. Kranke aussortieren. Die Nationalsozialisten haben also die Sprache benutzt, um ein ganzes Volk zu lenken und zu manipulieren. In der aktuellen politischen Debatte kommen leider wieder solche Begriffe hoch. Zum Beispiel das Wort Lügenpresse, das auch schon die Nazis benutzt haben. Oder wenn die Rede von Altparteien ist. Dieser Begriff war ursprünglich ein Kampfbegriff, den die NSDAP eingeführt hat, um gegen die bestehenden Parteien Stimmung zu machen. Alternativ hört man öfter das Wort Kartellparteien. Ein Kartell ist, wenn eigentlich konkurrierende Firmen die Preise ihrer Produkte absprechen, damit beide mehr verlangen können. Ein Kartell zu bilden ist verboten und wenn man von einem Kartell spricht, schwingt immer der Gedanke an die organisierte Kriminalität, die Mafia mit. Also die anderen Parteien sind verbrecherische Organisationen, die uns übers Ohr hauen wollen. Ich finde es ist absolut okay, wenn man sagt, dass der politische Mitbewerber schlechte Ideen hat oder dass diese Ideen dem Land schaden können und man vielleicht auch bessere Ideen hat. Aber es ist nicht okay, wenn man so tut, als wäre der politische Mitbewerber in Wirklichkeit ein undurchsichtiger Verbrecher, der uns an Leib und Leben bedroht. Ganz ehrlich, wenn Sprache so benutzt wird, dann finde ich das schon bedenklich, denn genau so wurden wir schon einmal manipuliert. Alle Politikerinnen und Politiker in unserem Land müssen aufpassen, dass sie sowas nicht mitmachen. Und wenn die Selbstkontrolle mal versagt, dann ist es unsere Aufgabe, den Politikern zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Da würde mich mal interessieren, ist euch schon sowas aufgefallen, sind euch Wörter aufgefallen, Formulierungen, die jetzt in der Politik umgehen, die eigentlich nicht okay sind? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, was euch da aufgefallen ist und lasst uns da so ein bisschen drüber diskutieren. Danke schon mal dafür und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. 00i 50- Juni 50- Juni 55- Prat